Es gibt befreiende Gedanken, die man zulässt, um eine Situation zu eröffnen. Wie ein Schlüssel, den man benutzt, um an die Freiheit zu gehen oder um jemanden zu befreien. Aber die Freiheit war schon immer dort. So jeder Gedanke ist nur ein Schlüssel, der auf oder zu macht. Aber du bist sogar freier als diese Art von Freiheit. So jeder Gedanke ist nur ein Schlüssel. Vielen Dank.